Nummer 5 Die Mobvoi TicWatch E3 ist das perfekte Accessoire für alle, die eine leistungsstärke Smartwatch wollen, ohne ein Vermögen auszugeben. Kompatibel mit Wear OS und ausgestattet mit Google Pay, ermöglicht dieses Gerät einen aktiven Lebensstil, ohne auf wesentliche Funktionen verzichten zu müssen. Das Zifferblatt verfügt über zwei physische Tasten an der Seite, die individuell angepasst werden können, um die leistungsstarken Funktionen von Wear OS zu nutzen. Sie können ganz einfach auf den Google Assistant zugreifen und Google Pay für kontaktlose Zahlungen verwenden. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 4 Die Fossil Smartwatch Gen 6 ist ein echter Meilenstein in der Welt der Smartwatches. Mit einem leichten und eleganten Design zeichnet sich dieses Gerät durch seine erstaunliche Geschwindigkeit und hohe Leistung aus. Dank des leistungsstarken Snapdragon Wear 4100 Plus Prozessors ist das Laden von Apps und die allgemeine Nutzung der Smartwatch unglaublich flüssig und schnell und übertrifft die vorherige Generation bei weitem. Eine der beeindruckendsten Eigenschaften ist ihre Energieeffizienz. Diese Smartwatch ermöglicht eine lange Nutzungsdauer, ohne dass der Akku häufig aufgeladen werden muss. Eine Funktion, die von den Nutzern sehr geschätzt wird. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 3 Die Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS ist eine hervorragende Option für alle, die eine komplette Smartwatch im Bereich von 250 Euro suchen. Ausgestattet mit einem großen 1,4 Zoll AMOLED Display und der Möglichkeit, alle Apps aus dem Play Store herunterzuladen, bietet sie ein umfassendes Nutzererlebnis. Dank der leistungsstarken Plattform Qualcomm Snapdragon Wear 4100 garantiert die Hardware eine effiziente Leistung. Der Hauptbildschirm ist zwar nicht anpassbar, bietet aber nützliche Informationen wie Uhrzeit, Datum und zurückgelegte Schritte. Die Uhr überwacht präzise verschiedene Parameter wie Herzfrequenz 24 Stunden am Tag, Schlaf, Stress und Blutsauerstoffgehalt. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt. Nummer 2 Unter den Wear OS Smartwatch Modellen, die den Bedürfnissen derjenigen gerecht werden, die eine Balance zwischen Tradition und Moderne suchen, sticht die Michael Kors Smartwatch Gen 6 zweifellos hervor. Dieses elegante und funktionsreiche Gerät eignet sich perfekt für jede Gelegenheit und verleiht selbst den vormellsten Anlässen einen Hauch von Stil. Die Uhr verfügt über einen atemberaubenden 1,28 Zoll AMOLED-Bildschirm, der nicht nur berührungsempfindlich, sondern auch animiert ist und ein hochwertiges visuelles Erlebnis bietet. Dank des Google Betriebssystems kann auf eine breite Palette von Funktionen zugegriffen werden. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 1 Die Suunto 7 mit ihrem integrierten Android Wear OS ist eine der besten Smartwatches auf dem Markt. Sie ist ideal für den täglichen Gebrauch und sportliche Aktivitäten und bietet ein stilvolles Design und ein robustes Display mit Gorilla Glass. Sie ist in verschiedenen Farben, erhältlich, wiegt nur 70 Gramm und ist mit einem hochwertigen Armband und Zifferblatt ausgestattet. Darüber hinaus ist sie bis zu einer Tiefe von 50 Metern wasserdicht und kann somit auch beim Tauchen verwendet werden. Ein besonders interessanter Aspekt ist ihre Kompatibilität mit Android und iOS-Geräten. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt.